Komm, Mädchen, hast du dich schon mal angeguckt? Du bist so uncool. Ey, sorry, ich glaub, du bist nicht so möglich. Richtiges Opfer. Opfer. Hey, mach dir da nichts draus. Oh Gott, ich bin Aura. Aura, du musst aufstehen. Heute ist das Konzert. Das Konzert? Ja, oh mein Gott! Ähm, hi, ich bin Laura. Ich bin euer größer Fan. Du hast übrigens wunderschöne Augen. Ähm, hi, ich bin Laura. Ich finde euch übrigens echt super toll. Ich bin echt euer größer Fan. Ja, ja! Okay. Das wird so unfassbar cool. Oh mein Gott, ich freue mich so. Wir beide zusammen auf dem Konzert. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, dich gleich endlich in echt zu sehen. Ja, so cool. Pass auf dich auf, Süße, ne? Oh ja, Mama. Weißt du, ich war früher genauso. Ja. Oh ja! I guess now it's time for me to give a fuck. I think it's time. I got a picture of you beside me. Okay, Mama. Weißt du, Herr? Weißt du, Herr? Coffee-Court! Hallo! Äh, ist da noch frei? Nee? Entschuldigung, ist da noch frei? Nee, das muss ich jetzt. Allein bin ich stark und sterb nicht mit dir. Wann bin ich jetzt und wer bin ich wir? Die Schwerkraft verliert und die Sterne berührt. Wann bin ich jetzt und wer bin ich wir? Jeder weiß schon, wenn wir reinkommen. Spielt der DJ gleich diesen Mindsong? Ja. Ja. Oh. 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 Mann, Laura, warum hat das denn ein Jahr gedauert, bis wir uns endlich in echt gesehen haben? Oh, weiß ich doch auch nicht. Weißt du was? Guck mal, was ich hier habe. Die singen jetzt! Ahhhh! Oh Gott! Dieser Beat ist ein Monster. War doch nie wie ein Monster. Läng ich dort so wie Salsa. Hey Mädels. Das klingt geil. Wer ist denn das? Die Lochis. Ja, können doch heute Abend auch zum Konzert. Euer Ernst? Was wollt ihr denn mit denen? Du hast doch keine Ahnung. Durch die beiden habe ich zum Beispiel meine beste Freundin kennengelernt. Immer wenn es mir scheiße geht, muntern mich die Songs der beiden auf. Ja, ich bin Fan der Lochis. Einfach nur zwei 19-jährige, die sich für nichts zu schade sind. Und die versuchen ein wahres Vorbild zu sein. Und außerdem machen die beiden noch mega geile Musik. Ja, die beiden sind Teil meiner Jugend und sie haben mein Leben geprägt. Bei so einem Lochi-Konzert. Da ist es völlig egal, woher du kommst. Oder wer du bist. Oder auch was du machst. Da sind wir einfach eine Familie. Und genau das liebe ich so. Kann ich das mal haben? Hör mal, spinnst du? Sorry, ich bin ein schlechtes Vorbild. Hey, mach dir keine Sorgen, ja? Wir kriegen das schon hin. Meinst du, es klappt? Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Guck mal, da hat die Schlange. Ja? Hallo. Hallo. Oh, sorry Mädels. Also mit so einem kaputten Ticket wird es leider für euch heute nicht. Was? Das kann doch nicht sein. Nee, sorry. Kann sie doch nicht machen. Ach bitte, ich hab mich doch schon so lange darauf gefreut. Das kannst du dir nicht entgehen lassen, das ist eine ganz einmalige Sache. Das kannst du dich nicht erholen. Wenn die nicht reinkommen, dann geht keiner von uns. Ich genauso. Ach, was soll's, wisst ihr was? Kommt rein, viel Spaß. Ja! Ey, wie nice, dass du dabei bist. Viel zu schön, um's nicht zu teilen. Ohne dich wär das nicht das Gleiche. Ohne dich wär's wie allein. So richtig nice, dass du dabei bist. Viel zu schön, um wahr zu sein. Mal wieder wie in allen Zeiten. Spür genau denselben Weib. Ey, wie nice, dass du dabei bist. Ohne dich wär's nicht das Gleiche. So richtig nice, dass du dabei bist. Weil das für uns die beste Zeit ist. Das war echt geil. Ja? Das war richtig geil. Das war richtig geil. Ja? Das war richtig geil. Laura? Mama? Hi. Ich wollte jetzt fragen. Ich hab hier ein paar richtig, richtig coole Leute kennengelernt. Können Sie heute eventuell bei mir übernachten? Ja, klar. Oh, danke Mama! Konzerte zu spielen und auf Tour zu sein. Das heißt für uns immer zusammen mit euch loszulassen. Wir sind die Lochis und im Oktober wieder auf großer Konzerttour. Sei dabei und hol dir dein Ticket. Jump, jump, denn der Boden ist lava.